Hol dir jetzt das Abo. MySports, das ist Hocka. Die Kalbblütigkeit heute etwas grösse ist. Die beiden Teams sind bereit für den Puck-Einwurf. Auf geht's in dieser Partie zwischen den beiden Tabellenachbarn. Zwei Teams, die bisher auch durchaus zu überzeugen vermochten. Mal schauen, wie das heute ausschaut. Gleiche nächste Möglichkeit. Und es ist 1 zu 0, Andres Ambül. Zweite Power-Reformation und Dominik Gagli bereit mit seinem ersten Assist. Bei etwas seinem gefühlten ersten Einsatz in dieser Saison. Gagli an der blauen Linie. Marda Rasmus nicht vielleicht sogar noch dran. Boah, möglich. Nicht ganz sicher. Intensiv, das haben sie bereits bewiesen. Rasmussen! Oh, da nicht viel gefehlt. Kein Abseits. Deuce, Deuce! Und dann ist der S.E.S.N. Deuce, drei chinesische Strafe angezeigt. Oh, was war da? War das der Check in die Bande? Ja, Banden-Check. Hier, noch einmal. Ja! Ja! Jäger rutscht da weg. Klar, er schubst da noch ein wenig in den Rücken, aber... Jäger... Juz! Juz! Ah, wer ist die Mann zur Stelle? Und dann ist Drittel Nummer zwei vorbei. Juz! Und dann... Ah, das Aussemeer! Zurmela! Da hat er doch den perfekten Riecher. Alles frei und... Ah, heute... Heute will nichts. Kovac, auch nicht da wirklich zu überzeugen, vermocht. Ist ja doch deutlich besser gestartet. Und da kommt der Ausgleich! Da funktioniert die Kombination! Ken Jäger mit dem Ausgleichstreffer! Kovac, ja, das Glück auch, dass die Scheibe da wirklich so genau rüberkommt. Keine Chance mehr, Färschlimann. Kovac mit dem Assist. Assists. Seine Strafe ist vorbei. Der zweite Lossanne kommt auch gleich ab in die Tiefe und dann... Borgwieser! Jurgia! Ah, hier zwei gegen zwei. Da läuft Borsamitz, aber... Es ist nicht mal ein Zustand. Zurmela! Noch einmal Zurmela! Und da ist die Entscheidung! Der perfekte Pass! Auf Christian Dius zur Entscheidung in dieser Partie! Erste, erste Schuss! Dann noch einmal Surmela! Eschlimann zur Stelle von Pfosten zu Pfosten, aber am Ende dann kommt er da nicht mehr. Noch einmal zurück Stranski und Co. stehen da nicht wirklich optimal. Stehen hätte es ihm Schilfe! Und Lossanne kann nach zwei Niederlagen in Serie wieder zum Siegen zurückfinden. Für den HCD ist es nach zwei Siegen wieder eine Niederlage. Und eine ärgerliche, weil man da wirklich genügend Chancen gehabt hat. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.